So Leute, Happy Thanksgiving! Ich hatte euch ja versprochen, es gibt in nächster Zeit eine Liste mit über 200 Namen von deutschen Firmen, die in den USA tätig sind. Wir werden dem also auch Taten walten lassen. Im Dezember gibt es die Liste, wer jetzt schon uns eine E-Mail dalassen will und wir dem dann als erstes benachrichten, wenn die Liste soweit ist, der geht bitte zu undschüssdeutschland.com forward slash Liste und lässt die E-Mail da und dann, wie gesagt, ihr werdet als erstes benachrichtigt. Ihr kriegt die Liste, den Zugang zur Liste als erstes. Das heißt also, wer hier sich als erstes bewegt, der hat natürlich auch dann dementsprechend die besten Karten. Deswegen nochmal undschüssdeutschland.com forward slash Liste und wie gesagt, dann werdet ihr die Ersten sein, die benachrichtigt werden, wenn die Liste dann eben online geht.